ja hallo und herzlich willkommen zurück zu hallo und zwar mit um dem hier also eigentlich ein Auto das kommt jetzt nach dem Auto bleibt dran weil das hier ist ein spezieller Rallye Formel 1 Wagen der jetzt erstmal auch nochmal den Stick kriegt den Stick so und das ESC Electronic Stability and Traction Control also sonst komme ich hier also wenn ich jetzt schon auf der Straße kein Control habe dann werde ich das hier ja genauso wenig ähm ok so und I believe I can fly oh Gott so oh Gott oh shit oh ha 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 ouch einmal schön hinten rechts alles durchgebrochen und vorne links auch ähm naja dann kommen wir aber jetzt mal zum anderem Auto der hält hier ein bisschen mehr aus sollte zumindest denn es ist ein Trophy Truck ein Trophy Truck ha 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 ok Setup 4WD so und bei dem hat man alle Einstellmöglichkeiten die man braucht vorne rechts also vorne hinten ähm kann man das Differential open oder locken ähm und in der Mitte hat man dann noch diese Drive Shift ob man Front und Heck Antrieb haben will oder nur Heck Antrieb oder allrad oder sonst irgendwas ähm ähm ja schön ich habe zwei Reifen verloren und kommt trotzdem noch ok nein doch nicht ich habe nur noch vorne das Rad was Gas gibt ok aber das Ding hält sehr viel aus und das wieder von dem äh schönen RG Ersteller der äh echt schöne Sachen macht zwar nicht wirklich ähm realistisch aussehende wenn ich es jetzt mal so sagen darf obwohl gar nicht mal so unrealistisch sieht das Ding nicht aus aber halt so bisschen eckigere und kantigere Sachen was man am Lenkrad sieht oh habe ich den Motor ausgemacht ups ich komme darauf noch nicht klar dass der Motor immer so leicht ausgeht ja mal gucken wie weit wir hier fahren können mit Vollgas oh mein Gott aber sowas schafft auch nur ein Trophy Truck also so ein Sprung ok dann drehen wir dich mal hier jetzt um so der hat auch seine Lampen hier oben auf dem Dach also da vorne sind nur Aufkleber Alter so ein Sprung ist aber auch schon ganz schön stumpf soll man mal springen hier und sprungen oh Gott oh Gott oh Gott das habe ich mir anders vorgestellt ouch oh mein Gott das muss weh getan haben Alter hoho also das Ding hält auch echt viel aus zumindest vom Selbstfahrunfällen her ähm mit dem Ding kann ich schon schön viel bauen hier ein Unfall Sprung oh scheiße Arch bis auf die Reifen die halten halt nichts aus aber das ist halt irgendwie das Problem bei allen Archie Autos der Herr ja mal gucken können wir denn noch lang fahren aber wie gesagt das Ding hält echt eine scheiß viel Menge aus von Sprüngen her ein normales Auto würde da broke gehen as fuck es würde nicht mal so schnell viel fahren können hier 180 hui und so schnell landen auf Sand hallo das würde es würde einen Überschlag machen as fuck oh mein Gott aah das meine ich sowas hätte ein normales Auto nie überlebt und der hat nur ein paar Dellen ein normales Auto wäre daran zu Bruch gegangen as fuck apropos Auto wir haben jetzt ein neues Auto äh ein sehr sehr schönes ein ähm Hybrid Auto ein sehr sehr schönes ja mehr sage ich mal lieber nicht weil es gibt ja immer noch diese Menschen die rumheulen äh Hybrid Auto ist ja so gefährlich und und man hört die nicht auf der Straße hat man doch Vollidioten oder Elektroautos einfach mit der Technik schwimmen dann schwimmst du in die richtige Richtung einfach schwirmen einfach schwirmen einfach schwirmen einfach schwirmen 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 oh ich will mal zu der Stadt da äh die habe ich noch nie gesehen äh Sprung ha ha Wuhuu Alter das macht Spaß Oh Autsch ich glaub dem Fahrer hier drin aber nicht so ok und umgekehrt äh dann resetten wir hier mal die Karre ist mir ja eh egal hier in der Wüste ich verirr mich hier so oder so Apropos überschlagen ähm was mir aufgefallen ist mit den Dingern hier dran überschlägt sich das Auto weniger als ohne äh kam mir zumindest so vor oder auch nicht und ich laber einfach nur scheiße egal äh einfach irgendwie fahren hier ja das ist ein richtiges Truck für ähm falls Zombie Apokalypse kostet überall lang ohne Problems Alter man sieht auch schön die Suspension wie sie funktioniert das finde ich zum Beispiel ganz schön auch wenn ich sie eigentlich ein bisschen zu fett finde dafür dass es einfach nur so eine Suspension ist so dass es immer so Stange Stängelchen so Stängelchen oder war das nur bei Formel 1 Auto man sieht allgemein wie sehr das Auto dämpft das finde ich echt schön hier mit 200 durch die Wüste Niauuu 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 Oh Scheiße Autsch 200 ist doch nicht so gut Ja wie gesagt das ist der ARG Trophy Truck Trophy 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 Truck Trophy Truck also egal wie der kippt leicht um außer du kontrolliert das kontrolliert dich halt ja kontrollierst kontrollierst es halt durch Gas geben im richtigen Moment Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Shit Oh Kacke Wir haben jetzt einen kompliziert Lenker ich will da lang aber ich nicht okay einmal mal durch die Wüste reichen hier noch in in Screen Oh Ja Oh das ist schön Oh das zeigt immer so schön wie viel das Ding aushält ein normales Auto wäre jetzt schon umgekippt dreimal Danke dass du es symbolisierst ne aber das brauchst du nicht wie gesagt der hier kriegt gerade mal Dellen und also wie gesagt es ist also ja aber den gibt es noch nicht nicht nur in der Variante es gibt den in vielen Varianten es gibt den noch als Race als Basic als Stripped semi-stripped Frontwheel und ich nehme mal semi-stripped 4WD Mal gucken wie sich das im Gelände macht Alter da sieht man ja wirklich die die Suspension wie sie richtig Alter oh mein Gott okay ja das Ding ist schön ich mag dieses Auto jetzt schon damit kann man richtig viel Spaß im Gelände haben endlich oh Gott vor allem bei sowas ist mir egal ich drehe mich einmal wieder um äh so bevor gleich wiederum holt das Öl im Motor läuft so das Ding passt sich sogar den Boden an wie er fliegt haha nein so was mir noch fehlt ist irgendwie so eine richtig schöne Rennstrecke wie zum Beispiel die Top Gear Rennstrecke die fand ich immer ganz schön so was fehlt mir noch vielleicht die neue Top Gear also die neue Grand Tour Rennstrecke vielleicht eine kleine Anregung für den Modder wenn er das sieht so ja und Last Sprung in die Unendlichkeit und noch viel 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 äh ja weiter weiter ich denke da kommt nichts mehr oh doch Alter hat mich da direkt pfff aber damit dann mal zurück ins Studio und damit auch noch tschüss an euch und viel Spaß noch mit äh Lutub Lutub genau tschüss